so das jahr neigt sich dem ende ich habe gedenkt ich mache noch ein kleines video vorher ja also trotzdem leicht zerregnete wetter lasse ich mir den spaß trotzdem mitnehmen und mache hier mal ungarisches gulasch ja genau also ich wollte mich bei euch alle bedanken danke für die neue abos ja danke dass ihr so aktiv immer dabei seid ich hoffe es macht euch spaß ich werfe alle viel weiter zu machen genau ja um es kurz zu halten dann wünsche euch einen guten rutsch ins neue jahr hoffentlich wird es besser wie das alte und ja das frutzelt ganz schön das kleine ding da oben ja also wie gesagt noch viel spaß und einen schönen abend ein guter rutsch und bis nächstes jahr tschüss